Unsere Alamagna ist weiter auf der Volkswelle. Nach dem Pokal-Halbfinalsieg gegen den 1. FC Düren stehen wir im Finale gegen den Bonner SC. Und jetzt kommt wieder in Rio West die Hausmannskost, das heißt es geht weiter in der Meisterschaft Richtung 3. Liga und jetzt kommt Fortuna Köln zum Aachener Tivoli. Für Fortuna wahrscheinlich die letzte Ausfahrt in Aachen, denn sollten sie das Spiel hier nicht gewinnen, dürfte es wohl mit ihren Aufstiegsambitionen oder einer Chance darauf vorbei sein. Ebenfalls ein Unschieden dürfte auch nicht viel nutzen, das heißt sie müssen hier gewinnen. Das kommt uns entgegen, offensive Mannschaften liegen uns einfach. Im Übrigen lohnt es sich dieses Video sich anzuschauen und nicht nur ein Like da zu lassen oder ein Sternchen, denn es gibt auch wieder was zu gewinnen. Aber dazu müsst ihr das Video komplett schauen. Was ihr gewinnen könnt und wie, das erfahrt ihr nach dem Intro und wie immer vielen Dank an meine Kanalsponsoren für die Unterstützung dieses Videos. Tag zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Kartonverkäfer Dirk und schön, dass du oder ihr hier wieder reinschaut. Ich habe es eben erwähnt, es gibt heute wieder was zu gewinnen und zwar zwei Tickets, Sitzplatz-Tickets für das Spiel Alemannia Aachen gegen Fortuna Köln. Das was ihr tun müsst, ist einfach dieses Video ganz bis zum Ende schauen. Denn irgendwo in diesem Video wird ein Osase auftauchen und wenn ihr den entdeckt, macht einen Screenshot davon oder merkt euch den Zeitstempel, wann er aufgetaucht ist. Das schickt ihr mir dann an meine allseits bekannten E-Mail-Adresse. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr dann halt zu zweit zum Tivoli auf dem Sitzplatz gegen Fortuna Köln. Ich werde es übrigens immer wieder machen, dass ich hier in den Videos sowas einstreue, ohne große Vorankündigung. Das heißt, es gibt immer was zu gewinnen und dann sind wir mal gespannt, wer denn das Video dann aufmerksam zu Ende schaut. Was für ein schönes Wochenende. Letztes Wochenende, 2 zu 1 Sieg gegen den 1. FC Düren im FVM-Bitburger Pokal-Halbfinale. 2-1 gewonnen und jetzt stehen wir im Finale. Das Double ist greifbar nahe, wenn sich der Drittliga-Aufstieg auch realisieren lässt natürlich. Es könnte eine erfolgreichste Saison werden für die Alemannia gegen den Bonner SC, den Mittelrhein-Legisten, wird das natürlich auch keine einfache Aufgabe werden. Das Finale findet am 25. Mai statt. Ist dann Tag der Amateure. Live in der ARD-Sportshow zu sehen. Wann genau, das wird sich dann herausstellen. Genauso auch, wann es Tickets geben wird. Tickets für das Finale wird es dann erst Mitte April geben, laut Verband. Das heißt, es soll ja schon Angebote geben für Final-Tickets, die schon kursieren. Fallt nicht auf so einen Scheiß rein. Wenn ihr es nicht gelesen habt beim FVM, dass es die Karten offiziell gibt oder bei Alemannia oder beim Bonner SC, vorher wird es keine Karten geben, ehe die drei nicht das offiziell angekündigt haben. Leider sind wieder viele Idioten unterwegs, die meinen, die schnelle Mark machen zu können oder den schnellen Euro. Deshalb Vorsicht walten lassen und Leute, denkt mal darüber nach, wenn wir freitags das Halbfinale gewinnen, kann es montags nicht schon Tickets dafür geben für das Finale. Ist eigentlich auch klar. Das Duell gegen den Bonner SC wird auf Augenhöhe sein, denn auch der Bonner SC ist zur Zeit, glaube ich, Tabellen Dritter oder Tabellen Zweiter in der Mittelrhein-Liga. Ist sehr gut unterwegs, die gewinnen auch ihre Spiele und in einem Finale gibt es keinen Favoriten, denn wer sich dafür qualifiziert, der will auch den Pot holen und wird dafür alles geben. Das haben wir schon selber erlebt. Wo wir Favorit waren, waren wir unterlegen gewesen oder wo wir mal kein Favorit gewesen sind, haben wir den Pokal auch mal gewonnen. Demzufolge ist es ein offenes Spiel und die Frage ist natürlich, wie viele Tickets werden wir bekommen. Das Finale findet ja im Sportpark Höhenberg bei Köln statt, Heimspielstätte von Viktoria Köln. Und die haben mal gerade 10.000 Zuschauer, also platzmäßig. Das heißt, natürlich war die Idee gewesen, kann man das Finale nicht einfach zum Tivoli holen, dann könnte man vor 30.000 spielen, dann hätten alle was davon. Der Bonner SC würde profitieren, der Verband würde profitieren, natürlich wir würden profitieren und Viktoria Köln, Gastgeber der Heimspielstätte, würde dann vielleicht auch davon profitieren. Aber sind wir mal ehrlich, es gibt bestehende Verträge zwischen dem Verband und Viktoria Köln, beziehungsweise dann der Stadt Köln, dass die Heimspielstätte halt eben als FVM-Pokalfinale bis 2027 halt eben der Sportpark Höhenberg in Köln ist. Und das kann man nicht einfach so verlegen, das ist halt eben so. Zudem findet am 26.05., also ein Tag nach dem Pokalfinale, hier auf dem Tivoli American Football statt. Die Centurios aus Köln werden ja hier spielen und das heißt, alleine aus diesen logistischen Gründen wird man das gar nicht hier durchführen können. Also wird es im Sportpark Höhenberg sein und da müssen wir mal schauen, dass wir wahrscheinlich 5.000 Tickets bekommen werden. Und dann ist die große Frage, 5.000 Tickets, der Bedarf liegt wahrscheinlich jenseits von 15.000. Wer kann so eine Karte, eine Finalkarte bekommen? Eine Idee von unserem Aufsichtsratschef Marcel Mobatz war gewesen, dass die bevorzugt werden, die schon seit Anfang an der Saison eine Dauerkarte hatten. Das heißt, die sollen Erstzugriff, Zugriffsrecht bekommen, was dann ja auch Sinn machen würde. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde schauen, wer hat in den letzten 5 Jahren eine Dauerkarte gehabt und war auch dabei, als die Alemannia in den Niederungen der Regionalliga rumgetorkelt ist und auch fast noch abgestiegen wäre in die Mittelrheinliga. Das ist ja noch gar nicht so lange her und wer da eine Dauerkarte gehabt hat, ich finde, der sollte dann auch das Erstzugriffsrecht haben auf das Finalspiel in Köln. Schauen wir mal, was die Alemannia sich einfallen lässt. Natürlich werden viele enttäuscht sein, dass sie da nicht dabei sein können, aber na gut, dann muss man sich es dann halt eben letztendlich in der Sportsshow angucken, weil die Finalspiele als Samt von den Landespokalen wird ja live übertragen beim Tag der Amateure. Jetzt nochmal kurz ein bisschen Reklame von allen meiner Sponsoren und zwar die LVM-Versicherungsagentur Bachmann & Küpper. Wenn es um Versicherungs-, um Vorsorge- und Vermögensplanung geht, kurze Wege und direkte Ansprechpartner, dann seid ihr bei den beiden absolut richtig. Solide Produkte, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine faire Beratung erwarten euch bei den beiden. Falls ihr über einen Versicherungswechsel nachdenken solltet, schaut euch die beiden mal an. Ich kann sie euch empfehlen, nicht nur weil sie mich sponsoren, sondern es sind zwei super Leute. Lasst euch einfach mal beraten und macht euch ein eigenes Bild von den beiden. LVM-Versicherungsagentur Bachmann & Küpper, vielen Dank für eure Sponsorin hier bei mir. Weiter geht's am Samstag um 14 Uhr kommt Fortuna Köln vorbei, Blätterbellen Dritte. Muss hier seine Liste Chance suchen, will er denn in dem Aufstiegsrennen eventuell noch eingreifen. Das heißt Fortuna Köln muss hier gewinnen, alles andere, denke ich mal, wäre für sie dann endgültig vorbei. Ein Unschieden wäre wahrscheinlich auch nicht viel wert. Für uns natürlich schon, wir würden uns einen Konkurrenten auf Abstand halten, aber natürlich wollen wir das Spiel sowieso gewinnen. Fast 30.000 Zuschauer werden am Tivoli sein, das heißt der komplette Heimbereich wird wahrscheinlich ausverkauft sein und aus Fortuna Köln werden wahrscheinlich rund 300 bis 500 Fans mitkommen. Das ist schade, weil eigentlich hätten sie ja auch ein bisschen mehr Zuschauer verdient, ein bisschen mehr Unterstützung, auch wenn sie jetzt Dritter sind und einen großen Abstand haben auf uns, aber nichtsdestotrotz, würden sie hier gewinnen, würde es vielleicht doch nochmal spannend werden. Aber da sie ja gewinnen müssen, kommt es da sehr entgegen, denn dann werden sie ja offensiv auftreten müssen und das liegt uns ja besser als Mannschaften, die sich hinten einigeln. Deshalb wird es wahrscheinlich ein sehr spannendes Spiel werden, vor allem ein sehr attraktiv offensiv geführtes Spiel werden und dann darf man gespannt sein, wer dann am Ende halt eben die Nase vorne hat und an anderer Stelle natürlich den Kürzeren ziehen wird. Während wir am vergangenen Wochenende ja in Sachen FVM, Bitburger Pokal, Halbfinale unterwegs gewesen sind gegen den 1. FC Düren, hat Fortuna Köln ein Testspiel absolviert und zwar gegen den European Conference Teilnehmer aus Luxemburg und dort gewann die Fortuna mit 1 zu 0. Noch während des Spiels muss hier Innenverteidiger Tim Plodaric verletzungsbedingt ausgewechselt werden, er hat ja einen Pressschlag abbekommen und da muss man mal schauen, ob er jetzt am Samstag in Aachen dabei sein kann. Ansonsten wird das wahrscheinlich schon ein grober Ausfall für Fortuna sein. Sind wir mal gespannt, ob er dann am Samstag hier auflaufen wird. Die Fortuna, auch eine Wundertüte gewesen diese Saison. Am Anfang der Saison sind sie als Tabellenführer weit vorangeschritten, dann trafen sie auf uns und wir gewannen in Köln in Unterzahl mit 1 zu 0 im Hinspiel. Das war für uns unter Trainer Heiner Backhaus die Wende gewesen. Ab dann ging es für uns steil nach oben und Fortuna Köln fiel zurück. Wechselhafte Ergebnisse und Schwankungen in Leistungen haben dann dafür gesorgt, dass Fortuna Köln erstmal weg vom Fenster war. Aber jetzt haben sie sich mit neuen Trainer wieder herangerobbt. Das heißt, ihr Trainer von Aalen musste dann auch irgendwann gehen, weil die Leistungen nicht mehr stimmten. Und jetzt mit dem neuen Trainer sind sie in der Erfolgsspur zurück. Und jetzt haben sie sich wieder ein bisschen herangerobbt. Aber sie müssen halt eben uns besiegen, wenn sie eben noch eine Chance haben wollen. Zumindest eine kleine Chance. Sollten sie verlieren hier, wie gesagt, dann wären die Träumereien wahrscheinlich vorbei. Für einige Fortuna ist es sowieso schon so, dass man sich da gar keine Ambitionen hingibt, dass man in einer Drittliga aufsteigen könnte. Aber man kann ja nie wissen, man hat ja schon die berühmten Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Das heißt, auch wir sind noch nicht durch, auch wenn wir das alle wollen, auch wenn wir das alle glauben, so wie ich, dass wir am Ende aufsteigen werden. Aber man ist halt eben erst dann aufgestiegen, wenn es rechnerisch unmöglich ist, dass wir eingeholt werden, wenn es feststeht, dass wir aufgestiegen sind und die Ergebnisse entsprechend sind. Alles andere war vor, ist eine schöne Momentaufnahme. Wir werden weiter demütig bleiben, so wie es unser Trainer vorgibt. Aber als Fan kann man sich natürlich herausnehmen zu sagen, wir werden am Ende aufsteigen. Und daran glaube ich und wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch. Und deshalb denke ich mal, nach Fortuna Köln wissen wir mehr. Dann sind wir entweder einen sehr, sehr großen Schritt weiter Richtung Dritte Liga oder halt eben, wir müssen eine kleine Pause einlegen. Schauen wir mal, was uns am Samstag erwartet. Wir schwimmen weiter auf der Erfolgswelle. Auch im Pokal ging es mit einem Sieg weiter, wenn auch erst in der Verlängerung. Aber die Erfolgswelle trägt uns weiter von Spiel zu Spiel zu Spiel. Verletzungsbedingt fehlen natürlich weiterhin Nils Winter, Sascha Marquet, Julius Schell, Lars Oeswein und natürlich auch Julian Schwermann, der weiterhin seine rote Karte absitzen muss. Und das noch zweimal. Ansonsten sind wir alle gespannt, wann Anders Backhardt zurückkehrt. Jetzt am heutigen Mittwoch soll er einen Belastungstest machen, wo dann entschieden wird, reicht es, reicht es nicht. Gestern im Training hat er anscheinend nur individuell trainiert. Das heißt, ob es tatsächlich reicht für Fortuna Köln, das werden wir ganz kurzfristig sehen. Zumindest gegen den 1. FC Düren war er auch im Kader gewesen, auch wenn er nicht zum Einsatz gekommen ist. Aber sind wir mal gespannt, ob er dann Samstag gegen Fortuna Köln zumindest einen Wechselspieler auf der Bank sitzen wird. Ansonsten sind fast alle wieder zurückgekehrt. Vincent Schaub ist wieder dabei und auch Marc Brasnitsch, der ja im Pokal wegen Rückenproblemen fehlte, soll wieder dabei sein. Warten wir es ab, was dann am Samstag uns dann erwartet im Aufgebot und die erste Elf, die dann gegen Fortuna Köln antreten wird. Ich sagte es schon, 30.000 Zuschauer werden erwartet und wenn ihr, wie gesagt, dabei sein wollt, dann habt ihr die Chance, zwei Tickets zu gewinnen. Wenn ihr das bisher noch nicht entdeckt habt, das Häschen, dann solltet ihr nochmal das Video von vorne schauen, denn irgendwo in diesem Video kommt ein Osterhäschen und wenn ihr das seht, Zeitstempel merken oder halt eben ein Screenshot machen, mir zusenden unter der allsatzbekannten Adresse, die ich dann nochmal hier drunter schreiben werde und dann wird einer von euch diese zwei Tickets gewinnen. Für die Informtribüne, das heißt Osttribüne, Sitzplatz und ich denke, da habt ihr einen ganz guten Blick auf das Spiel. Viel Spaß und viel Glück denjenigen, die dann die beiden Karten gewinnen werden. Wer es nicht ins Stadion schafft oder halt eben, wer keine Karte mehr bekommen sollte, da könnt ihr das Ganze natürlich auch bei Sport Total anschauen. Ebenfalls hier drunter die Verlinkung zu dem Livestream, weil sie werden hier wieder live übertragen und natürlich auch später die Highlights und auch die Nachberichte, deren Link ihr ebenfalls hier unter der Videobeschreibung findet werdet. So und wie immer, wenn es zum Ende geht des Videos, dann frage ich euch, wie ist euer Tipp? Allemannia Aachen, Foto nach Köln, was tippt ihr am Samstag, wer wird gewinnen und wie hoch werden wir gewinnen oder werden wir sogar verlieren? Schreibt es hier in den Kommentaren unten rein, ich bin gespannt, mein Tipp wird diesmal sein 4 zu 2. Da bin ich gespannt, ob wir das auch so halten können. Ich denke, es wird ein torreiches Spiel werden, weil beide Teams sind ja offensiv sehr gut und dann schauen wir mal, wer am Ende dann tatsächlich das Spiel gewinnen wird und wie hoch. Wie gesagt, schreibt es doch in den Kommentaren rein oder generell, was ihr, wie man ja denkt, über den möglichen Aufstieg in der 3. Liga, über eine Hand am Pott, ob wir das Double holen werden, dann schreibt es auch hier rein und dann sehen wir uns spätestens am Samstag dann im Umlauf oder im Familienblog. Ich werde da sein, ich hoffe, ihr werdet auch da sein und den einen oder anderen werde ich wie immer dann sehen. In diesem Sinne, adieu da tot zins, ciao, macht's gut, euer Kartoffelkäfer, Dirk. Ich werde da sein, Untertitelung des ZDF, 2020